Der Sonax Pflegeratgeber Das Sonax Extreme Reifen Glanzgel verleiht allen Reifentypen eine ultimative schwarzglänzende Nassoptik. Nach einer Felgenreinigung können auch die meisten Reifen ein Facelift vertragen. Das Praktische ist, dass sich das Gel mit dem beiliegenden Spezialschwamm einfach und schön gleichmäßig auftragen lässt, ohne zu viel davon zu vergeuden oder Flecken auf Felge, Lack oder Boden zu produzieren. Die innovative Gelformel pflegt und schützt das Gummi gleichzeitig vor Rissbildung und Farbausgleichung. Dazu kommt der unvergleichliche Wetlook der Reifen, der für mehrere Wochen anhält. Der Sonax Pflegeratgeber